Eine Robotersonde der NASA hat ein Beben auf dem Mars gemessen. Damit ist es Wissenschaftlern zum ersten Mal gelungen, eine seismologische Erschütterung auf einem anderen Planeten festzuhalten. Die Sonde INSIDE ist vor fünf Monaten auf dem Mars gelandet und soll das Innere des roten Planeten erforschen. Die Messdaten vom 6. April zeigen ein leichtes Zittern. Wissenschaftler sind sich sicher, dass es aus dem Inneren des Planeten kommt und nicht etwa von starken Winden stammt. Auf unserer Erde wäre das schwache Beben wohl nicht aufgefallen, heißt es, denn hier gibt es sehr viele kleine seismologische Aktivitäten. Auf dem Mars ist es dagegen größtenteils ruhig. Deshalb kann die Sonde INSIDE auch die noch so kleinsten Erschütterungen festhalten.